Mr. Krabs sagt, die sind mordsgefährlich. Ich kann hier keine Gefahr erkennen. Warum sollten die auch gefährlich sein? Da hängt sogar Käse umsonst dran. Ich weiß bloß, dass Mr. Krabs gesagt hat, Patrick, lass das sein! Lecker und völlig ungefährlich. Versuch's auch mal. Aber Mr. Krabs hat gesagt... Darf ich dich mal was fragen? Sieht das etwa gefährlich aus?